Heute Abend startet der große Steam Spring Sale 2024 um Punkt 19 Uhr und wie gewohnt geht er wieder genau eine Woche bis zum 21. März um 19 Uhr. In diesem Video möchte ich euch einige der Highlights vorstellen. Es ist einer der großen Saisonsales von Valve, also es wird hunderte und tausende von Spielen reduziert geben, aber im veröffentlichten Trailer, den ihr im Hintergrund schon sehen könnt, habe ich vor allem für Rollenspiel-Fans einige richtig gute Sachen entdeckt. In den nächsten Tagen werde ich zusätzlich noch andere Videos machen mit anderen Themen, wie halt die besten Spiele unter 2 Euro, die allergrößten Schnäppchen insgesamt, die Spiele, die so billig waren wie noch nie und so weiter. Also guckt da auch gerne wieder rein, wenn ihr noch mehr zum Steam Sale sehen wollt. Das ganz große Highlight für Rollenspieler ist natürlich Baldur's G3, falls ihr es noch nicht habt. Das gab es im Winter Sale schon mal 10 Prozent reduziert für 53,99 Euro statt 59,99 Euro, wie es jetzt kostet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es diesmal noch einen größeren Rabatt gibt. Dazu brauche ich nicht mehr viel sagen, eines der besten Rollenspieler aller Zeiten, das beste Spiel des letzten Jahres und auch den Vollpreiswert, aber im Spring Sale könnt ihr da sicherlich ein Schnäppchen machen. Schon etwas älter, aber fast genauso genial ist Kingdom Come Deliverance immer noch eines der besten Rollenspieler aller Zeiten. Für mich eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Kostet im Moment eh nur 29,99 Euro dauerhaft und wird auch noch sicherlich ordentlich runtergesetzt sein. In den letzten Sales teilweise 80 Prozent. Da hat man das für unter fünf Euro bekommen und wenn ihr das immer noch nicht gespielt habt und Bock habt auf ein mittelalter Rollenspiel, nicht mit Fantasy, nicht mit Magie, sondern ziemlich geerdet und mit einer wirklich klasse Story vor allem, aber auch geilen Gameplay aus der First Person, dann holt euch Kingdom Come Deliverance. Und wenn wir schon so bei Mittelalter-Feeling sind und ohne Fantasy und Magie, dann ist auch Mount & Blade 2, Bannerlord nicht weit. Und das sollte ich mir selber mal empfehlen, weil ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich kam noch nicht dazu. Ich weiß auch nicht, wann ich dazu kommen werde. Aber das ist eine der Sachen, die so richtig auf meinem Pile of Shame liegen, weil die Idee dahinter so cool ist. Das Spiel ist auch cool. Die Bewertung 88 Prozent, alle Rezensionen sind gut und diese Mischung aus, dass du was alles entscheiden kannst, wie du da langfristig diese Kampagne aufbaust, diese Mischung ein bisschen aus fastem Strategiespiel und Rollenspiel ist einfach genial. Vielleicht machen sie einfach ein Bannerlord, Mountain Blade 3, nicht Bannerlord heißt das Spiel. Das wäre für mich perfekt, so ein Einstiegspunkt. Oder ich gucke mir es dann doch irgendwann mal an. Es gibt auch eine Menge Mods, die das Spiel wirklich besser machen. Kostet 50 Euro im Moment, Deluxe 59,99. Auch da gab es bei den letzten Sales schon ordentliche Rabatte, bis zu 40 Prozent. Nicht so groß wie jetzt bei Kingdom Come Deliverance zum Beispiel, aber auch ein guter Preis. Und mal schauen, wo es diesmal landen wird. Und für Rollenspieler gibt es wirklich einen Knaller nach dem anderen. Der nächste ist System Shock, das Remake, das letztes Jahr rauskam. Das Original ist eines der ganz großen Klassiker der Videospielgeschichte. Und System Shock ist ein so gutes Remake. Das ist wirklich unfassbar. Es kostet eh nur 39,99. Ich bin gespannt, wo das jetzt landen wird im Sale. Ich rechne mit mindestens 50 Prozent, weil diesen Rabatt hatten wir schon. Dann kriegt man es für 20 Euro. Und da hat man eine gute zweistellige Anzahl von Stunden, 20, 30 Stunden oder so, die man spielen kann. Man sieht auch hier gerade noch mal die Bewertungen. Und ich finde es vom Design, von der Ästhetik, vom Gameplay, von der Geschichte, da ist einfach alles toll. Ein großer Tipp, holt euch das, guckt euch das mal an. Im Bereich Science Fiction und Cyberpunk gibt es neben Cyberpunk 2077 meiner Meinung nach kein besseres Rollenspiel. Eine ganz andere Art von Rollenspiel ist Sea of Stars. Auch da ein bisschen Retrofeeling. Es erinnert nämlich so an die alten 16-Bit-Games, so auf dem Super Nintendo. Es ist wirklich schön, wenn man diese Art von JRPG und diese Ästhetik mag. Es ist eines der besten Spiele der letzten Jahre. 2023 auch rausgekommen. Kostet eh nur 33,99. War zum Release schon mal 20 Prozent runtergesetzt. Und ich denke, das ist auch ein Rahmen, mit dem man jetzt ungefähr rechnen kann. Vielleicht 25, 30 Prozent. Mal schauen. Hat auch beste Bewertungen hier. 90, 89, 91 Prozent in dem Rahmen. Und ja, ich habe nur Gutes gehört. Ich habe selber nicht gespielt, aber von Leuten, die es gespielt haben, wirklich nur Gutes gehört. Nur Gutes erzählen kann ich auch über Holy, meinen Kooperationspartner, mit dem ich seit kurzem auf Martin Spiel zusammenarbeite. Die machen Energydrinks, Eistees, Hydrationdrinks, die erstmal ohne den ganzen Bullshit auskommen. Vor allem haben sie keinen Zucker, aber auch keinen künstlichen Aromen und sowas. Und sind vor allem, das ist mir noch viel wichtiger, sie sind lecker. Deswegen würde ich euch mal ans Herz legen, euch bei der Webseite mal umzusehen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Mit meinem Code martin5 und martin10 bekommt ihr da auch ein bisschen Rabatt. 5 Euro oder 10 Prozent, je nachdem, was besser für euch ist. Und ich würde euch da vor allem mal das Starter-Set ans Herz legen, falls ihr es noch gar nicht kennt. Da kriegt ihr ganz viele verschiedene Sorten. Könnt das mal ausprobieren. Weil klar, ihr könnt sowas nachlesen auf der Webseite oder woanders, was die Inhaltsstoffe sind und dass da eben nicht so ein Quatsch drin ist, wie man in den vielen anderen Drinks findet. Aber über den Geschmack kann man halt nichts nachlesen. Das muss man ausprobieren. Ich finde den Geschmack sehr gut. Aber um das wirklich auszutesten, eben das Starter-Set mit ganz vielen verschiedenen Sorten, ist da mein Tipp. Guck da mal rein. Wo ich mal reingucken muss, ist Disco Elysium. The Final Cut. 39,99 Euro. Kostet das nicht reduziert auf Steam. Auch da können wir mit einem ordentlichen Rabatt rechnen. Ist für viele Leute das beste Rollenspiel, das beste Spiel aller Zeiten. Man sieht das 93 Prozent insgesamt, Nutzerrezensionen. Da hört man auch nur Gutes. Man muss sehr viel Zeit mitbringen, sich wirklich auf die Story einlassen. Das ist auch eine sehr ungewöhnliche Story. Das ist vielleicht auch eher was für Leute, die wirklich mal gerne lesen. Nicht nur, weil man viel lesen muss. Das ist inzwischen auch ja vertont. Sondern es geht eher darum, dass es eine sehr anspruchsvolle, tiefgehende Geschichte ist. Wo früher mal Leute von sowas wie Planescape Torment geschwärmt haben. Ich glaube, genau für diese Leute ist das. Das ist natürlich auch ein bisschen ein ungewöhnliches Setting. Nicht so klassisch jetzt Fantasy, sondern eher so eine Art dystopische Zukunft-Gegenwarts-Variante. Ein Open-World-Rollenspiel ist es schon, aber auch eben nicht, wie man typisch sich Rollenspiel vorstellt. So mitkämpfen, sondern es wird alles über Dialoge und die Geschichte gelöst. Irgendwann gebe ich mir das nochmal. Und ich werde es wahrscheinlich nicht in diesem Steam-Sale kaufen. Außer es ist jetzt wirklich super billig, damit ich es endlich mal habe. Aber das liegt schon so lange auf meinem Pile of Shame. Mal gucken, wann ich das erledigen kann. Als letztes Rollenspiel möchte ich noch Diablo 4 besprechen. Überrascht mich fast, dass die Bewertungen nicht noch schlechter sind. Ja, ich muss euch zu Diablo 4 nicht viel sagen. Das ist halt sehr umstritten, sehr kontrovers aus vielen Gründen. Nicht so schlimm wie damals Diablo 3 mit dem Echtgeld-Aktionshaus. Aber viele Leute waren halt nicht zufrieden mit den Seasons, mit dem Endgame, mit Multiplayer-Aspekten und den Patches. Und da geht es auch hin und her. Mal ist wieder was Gutes dabei, wieder mal was Schlechtes. Naja, Activision Blizzard hat im Moment einfach keinen guten Run. Aber man kann es trotzdem, man kann viel Spaß mit haben. Ich kenne Leute, die das gerne im Multiplayer spielen. Und vor allem würde ich sagen, lohnt es sich immer noch als Singleplayer-Erfahrung. Vielleicht nicht für den Preis von 70 Euro, aber je nachdem, wie stark das reduziert ist. Wenn das für die Hälfte zum Beispiel verfügbar wäre, dann hast du halt dann eine gute Stundenanzahl, indem du es einfach mal durchspielst. Dann kann man auch in den Multiplayer reingucken. Und selbst wenn es einem nicht gefällt, hat man dann für sein Geld ordentlich Spiel bekommen. Ich würde mir natürlich trotzdem mal wünschen, wo ich jetzt gerade sowas wie Basis-Battlepass und Premium-Battlepass und Pferderüstung sehe, dass sie das irgendwie mal auf die Reihe kriegen. Dass sie wirklich hauptsächlich für die Seasons den Spielspaß in den Vordergrund stellen. Dass sie da nicht immer so ein Auf und Ab haben und dass sie auch mit diesen ganzen Sachen, die sie zu sich verkaufen, nicht so über die Stränge schlagen. Dass sie irgendwelche Packs verkaufen und einzelne Pferderüstungen oder Portale, wo man sonst ganze Spiele bekommt. Gerade jetzt im Battlepass, im Steam-Sale kann ich ja für die Preise, die ich hier habe, mir komplett Kingdom Come Deliverance kaufen. Baldur's Gate 3 und jetzt im Sale dann vielleicht vier, fünf Spiele. Das ist schon ein bisschen albern. Man muss das nicht kaufen, gerade wenn das dann eben nur Kosmetik ist. Aber es fühlt sich immer nicht gut an und sie übertreiben es einfach. So Activision Blizzard, das wäre so schön. Das sind immer noch ein bisschen die Retro-Gefühle bei mir. Blizzard, das alte Blizzard der 2000er, als ich dann auch so gute Gefühle hatte. Dass sie dahin den Weg zurückfinden. Das werden sie jetzt nicht in diesem Sale schaffen, aber das wäre mal was Schönes. Und neben den Rollenspielen möchte ich euch noch ein paar andere Highlights vorstellen. Und da fange ich mit Against the Storm an. Eins der besten Spiele des letzten Jahres für mich und eins der besten Strategiespiele und City-Builder aller Zeiten. Das ist so unfassbar genial. Man kann es kaum sagen. Es hat so Roguelike, Roguelite-Elemente gemischt mit einer Kampagne, gemischt mit Missionen. Wenn man irgend sowas mag, wie City-Builder, wie Siedler, wie Aufbauspiele im Allgemeinen, ist das super genial. Es ist ein kleines Studio. Deswegen kann das einfach jede Aufmerksamkeit vertragen, die es bekommt. Das ist, weil es auch wirklich so ein gutes Spiel ist. Sie arbeiten da auch beständig weiter dran. Es wird gepatcht, es wird erweitert. Die machen einfach alles richtig. Man kriegt jetzt im Moment schon den Deal zur Wochenmitte, 35 Prozent reduziert für 19,49 Euro. Es ist auch den Vollpreis in Anführungszeichen. Es kostet eh nur 29,99 Euro. Es ist auf jeden Fall wert. Man kann da so viele Stunden reinstecken, weil es auch ein ganz motivierendes Progressionssystem hat, auf verschiedenen Ebenen, mit den Gebäuden, mit den Missionen, mit dem Schwierigkeitsgrad, diesen Roguelike-Elementen, mit der Kampagne. Da steckt unfassbar viel drin. Also ein Riesentipp. Guckt uns mal in mein Let's Play rein, wenn ihr wissen wollt, ob das was für euch ist. Genial. Ebenfalls genial ist Danny Parable Ultra Deluxe, eine neue Variante davon. Don't read any reviews, wird gesagt. Ja, und das kann ich nur unterschreiben. Man geht am besten in dieses Spiel, ohne dass man irgendwas weiß. Ja, das ist, also das ist so eine coole und auch wirklich einzigartige Erfahrung. Sowas habe ich in keinem anderen Spiel gehabt, wie in Danny Parable Deluxe. Also es ist ein Erzählspiel, das sollte man vielleicht schon wissen. Es ist jetzt kein Kampfspiel, sondern es geht darum, dass man in einer Welt ist und da eine Geschichte erlebt, die immer verworrener wird. Es geht darum, um Entscheidungen zu treffen. Man hat, sieht das hier so ein bisschen, wird das schon angedeutet, dass es so viele verschiedene Wege und Entscheidungen und Abzweigungen in dem Spiel gibt, wie in kaum einem anderen Spiel. Es ist wahnsinnig gut geschrieben. Es ist so gut geschrieben wie die Porto-Spiele. Kommt ja auch aus der gleichen Ecke. Es hat auch diesen Vibe, so ein bisschen die sarkastische, ironische, humorvolle. Es ist so witzig wie kaum ein anderes Spiel. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt ein Ballerspiel braucht und eins mit tiefgehender Mechanik, sondern Bock auf ein narratives Spiel habt, ist das das unbedingt wert. 21,99 Euro ist für das Spiel angemessen. Es ist nämlich nicht ewig lang, auch wenn man da sehr viele unterschiedliche Sachen erleben kann. Deswegen ist es keine 40, 50 Euro für die meisten Leute wahrscheinlich wert. Aber 22 ist es wert und im Sale wird es halt noch günstiger sein. Und für mich ist es auch Jahre, nachdem ich das Original gespielt habe, die Ultra Deluxe Version kam eben 2022 raus und hat das noch ein bisschen erweitert, auch wirklich Jahre, nachdem ich das gespielt habe, ist das immer noch einer der Top-Games, Top-Gaming-Momente und Erinnerungen, die ich an Spiele habe. Und von da habe ich ja vielleicht eine Handvoll, vielleicht 10, 20 und da ist es mit dabei. Verpasst das Spiel wirklich nicht. Ein Spiel, das das Potenzial hat, auch sehr genial zu werden, beziehungsweise ist es schon ziemlich genial nach allem, was man hört. Ich habe es selber noch nicht gespielt, aber ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was funktioniert und welche Spiele gut sind, auch wenn ich sie noch nicht gespielt habe, was ich so höre, was ich lese. Und bei Shadows of Doubt bin ich da auch sehr sicher, die Rezensionen sind super, es ist noch im Early Access, es ist ein prozedural generiertes Spiel, was so ein bisschen schlechten Ruf bekommen hat in letzter Zeit, aber anscheinend machen die das richtig. Das Interessante ist vor allem, dass nicht nur die Welt prozedural generiert ist, sondern auch die Missionen und die Geschichten, die man erlebt, zumindest zum Teil so aus Bausteinen zusammengesetzt. Und das klingt eigentlich noch schwieriger, als nur ein Level zu bauen, aber irgendwie funktioniert das wohl in dem Spiel. Das ist so ein Cyberpunk-Spiel, man in so einer nahen Zukunft und es ist so eine Detektivgeschichte. Hier steht schon eine Sandbox-Detektiv-Stealth, auch noch mit drin, Geschichte. In einer vollständig simulierten Sci-Fi-Noir-Stadt. Und ja, man muss da Verbrechen aufklären, man muss da Aufträge erfüllen und kleine Geschichten erleben. Und das muss so cool sein. Also ich werde es irgendwann nochmal spielen, mal gucken, ob ich es noch im Early Access mache oder wenn das Spiel dann irgendwann rauskommt. Das kostet jetzt 20 Euro, das soll es auch wert sein. Und im Sale auch nochmal günstiger, bin ich sehr gespannt drauf. Und damit sind wir schon fast durch mit den Highlights. Eins ist aber noch Resident Evil 4, kam auch letztes Jahr raus. Eines der erfolgreichsten und besten Spiele des letzten Jahres, hat auch super Bewertungen, 97% und 96%. Das finde ich ein bisschen arg krass. Also im 90er-Bereich würde ich es durchaus ansiedeln, 97%. Aber es ist ein tolles Spiel. Falls ihr noch ein bisschen unsicher seid, gibt es sogar eine Demo. Aktuell kann man das schon für 25% Rabatt kaufen. Ich denke mal, im Spring Sale könnte das noch günstiger sein. Das ist ja aktuell im Zuge der Publisher-Aktion von Capcom. Es gab es schon mit 50% Rabatt. Und das ist auch der Preis, den ich erwarten würde. Vielleicht für den Spring Sale mal gucken, wie es genau kommt. Aber auch für den Preis ist es das wert, wenn man jetzt nicht ganz auf das Superschnäppchen zählen möchte. Wo wir gerade von Bewertungen sprechen, da ist Mechabellum sehr interessant. Insgesamt 82% positiv. Das ist auch ein bisschen untergegangen. Kürzliche Rezensionen 50%. Und insgesamt ist es ein tolles Spiel. Ich hatte damit richtig viel Spaß. Es ist ein Auto-Battler. Das heißt, man schlägt sich eine Strategie vor dem Spiel zurecht. Und vor jeder Runde, das ist in den Runden unterteilt, ist auch eine schöne Ästhetik. Man baut sich eine Armee zusammen aus verschiedenen Mechs. Und die treten gegeneinander an. Aber nachdem das Spiel einmal gestartet ist, kann man kaum noch richtig Einfluss nehmen. Man hat manchmal so ein paar aktive Aktionen und ein paar andere Kleinigkeiten. Aber eigentlich läuft das spätomatisch ab. Die beiden Armeen laufen aufeinander zu und kämpfen dann halt entsprechend der Fähigkeiten und der Möglichkeiten der Einheiten, die man vorher aufgestellt hat. Also da in dem Bereich ist es erstmal wirklich cool, weil es ein gutes Spiel ist und weil es auch ein bisschen einzigartig ist. Nicht im Fantasy-Bereich, sondern mit diesen Mechs. Aber es gab vor kurzem einen Patch, der so ein bisschen einen Zufallsfaktor reingebracht hat. Hier geht es eigentlich darum, dass du halt dir am Anfang einen Kommandanten aussuchst, der schon ein bisschen die Richtung vorgibt. Aber dann über mehrere Runden, sieben, acht, neun, zehn Runden, bauchst du eine Strategie aus in Relation, was der Gegner macht. Also man spielt das immer, also nicht immer, aber man kann das eins gegen eins spielen. Man kann das auch zwei gegen zwei spielen. Es gibt ja verschiedene Konstellationen, aber auf jeden Fall zwei Seiten gegeneinander. Und in jeder Runde kriegt man neue Ressourcen und reagiert ein bisschen darauf, was der Gegner macht. Man sieht mal, der baut diesen Mech, dann reagiere ich da mit der Gegenmaßnahme, der baut fliegende Einheiten, dann brauche ich Flugabwehr und so weiter. Und da entwickelt sich das. Aber mit dem Patch ist da so ein Zufallselement reingekommen, dass man freie Units einfach bekommt. Und das mögen die Leute überhaupt nicht, weil es die Strategie so ein bisschen beliebiger macht. Zwar mal als Test ganz nett und es gab so eine Testphase und die Leute sind davon ausgegangen, nachdem das Feedback da schon nicht so gut war, dass das rückgängig gemacht wird. Aber im Moment ist es immer noch da und die Kommunikation vom Entwickler ist da nicht so top. Das ist vor allem ein Problem für erfahrene Spiele. Ich denke mal, für Anfänger ist das immer noch okay, weil man das mal kennenlernt. Und ich muss ehrlich sagen, ich erwarte auch, dass sie diesen Teil mit diesem Zufallsfaktor oder diesen starken Aspekt zumindest etwas zurücknehmen, weil das Feedback wirklich so negativ ist dazu. Das ist immer noch ein sehr gutes Spiel, finde ich. Und für Anfänger immer noch cool. Und der Preis ist für 14,99 nicht hoch. Und im Sale wird man da deutlich unter 10 Euro, denke ich mal, zum Zug kommen. Das ist immer noch Early Access, deswegen sind solche Änderungen auch ganz normal. Sie probieren ja verschiedene Sachen aus. Ich würde mir nur wünschen, dass die Entwickler ein bisschen besser kommunizieren und dass da nicht zu schlechter Stimmung in der Community kommt. Guckt da mal rein. Vielleicht ist es was für euch. Aber habt ihr eben Auge drauf, ob da diese Entwicklung mit dem Patch so weitergeht. Und mein letzter Tipp ist Sifu. Wenn man ein Fan von Martial-Arts-Filmen ist, Hongkong-Kino, Kung-Fu, dann ist das genau das Richtige, wenn man das schon immer mal selber machen wollte. Man sieht es hier auch schon im Trailer. Das ist einfach ein Brawler, also ein Kampfspiel mit sehr hoher Skill-Sealing. Also man kann da sehr viel lernen. Das ist durchaus komplex und anspruchsvoll. Muss man sich ein bisschen reinspielen, aber wird dann auch wirklich belohnt mit einem tollen Spiel, wo man sehr viele Stunden drin verbringen kann. Und in dem Genre gibt es wirklich nicht so viele Spiele, die das gut machen. Und die es auch in diesem Art-Style auch dazu machen. Es gibt natürlich dann trotzdem immer mal die Solo-Spiele oder die Solo-Anteile von Mortal Kombat oder Street Fighter. Und die sind auch teilweise nicht schlecht, aber nichts ist vergleichbar mit Sifu. Das ist schon sehr, sehr geil. Also wenn ihr damit was anfangen könnt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Und das war es dann erstmal mit der Vorschau auf den Spring Sale 2024. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!